Muss doch irgendwas anderes geben. Wisst ihr was? Dann lohnt sich wenigstens der Gang zu Müller & Co. nochmal. Gucken wir mal, dass wir hier das komplette Feld mit Weizen wegmachen. Ich brauche ja kein Qualitätszeug, sag ich mal an sich. Ich brauche ja einfach nur ein bisschen Bier. Für Bier sollte es ja wohl reichen. Zack, zack. So. Machen wir hier ein bisschen fertig. Schauen wir mal, was brauchen wir denn für den Komposthaufen? Machen wir hier noch eins und Nummer zwei. Dann knallen wir hier richtig raus. Dann machen wir hier noch leere Beete. Nicht rote Beete, leere Beete. Ich weiß, der war jetzt ein bisschen flach, aber man versucht ja, was man kann. Schaut euch mal an, wie schnell das Zeug wächst. Wir brauchen auch noch... Schwupp. Gibt es hier irgendwas, wo man das Ding umtauschen kann? Das wäre ganz gut. Die Maden werde ich aber definitiv noch wegwerfen müssen. So. Gehen wir mal gerade zum Müllers Man. Müller Man. Wir müssen sowieso zu dir, mein Freund. Mein Freund der Müller. So, hallo. Ich muss meine Arbeit erledigen oder Vater wird furchtbar böse sein. Wegen der Weinflasche. Ich weiß, dass es eine dumme Frage ist, aber trinkst du zufälligerweise Wein? Was? Woher wusstest du das? Okay, vielleicht doch nicht so dumm. Kannst du mir deine Flasche leihen? Also ich kann dir diese Flasche geben, wenn du mir versprichst, es meinem Vater nicht zu verraten. Abgemacht. Heimlich beim Saufen erwischt. Erzähl ihm. Alter, das wäre ja so miese, wenn ich jetzt den Typen verpetzen würde. Drum führt mich nicht in Versuchung, liebe Freunde. Für... Ich weiß gar nicht, ob ich so viele Samen gebraucht hätte. Ich habe es jetzt einfach mal partout. Ich glaube, das waren hier auch 16 Samen. So. Brauchten wir noch was. Zwiebelsamen, Kürbissamen, Kürbissamen. Linsensamen. Linsensamen kriege ich... Ich weiß gar nicht. Linsen brauchen wir Linsen. Keine Sau braucht Linsen. Bleh. Soll ich nochmal ein paar Zwiebelsamen besorgen? Komm, ich besorge noch ein paar Zwiebelsamen. Wir haben das Geld. Jetzt gerade, muss ich sagen, kriegen wir gut Geld in unsere Tasche. Das gute Geld wird einfach in unsere Tasche geblasen. Wusch. Scheiße. Die Sträucher mache ich hier auch noch weg. Gartenpflege in extrema. Verdammt, ich muss... Scheiße. Äh, benutzen und so, äh, ja. Zuhause. Wir müssen schleunigst... ...undere Handelslizenz besorgen. Ich habe vergessen, dass diese blöde Handelslizenz ja hier in der Küche gekauft werden muss. Scheißendreck. Ich war unversichtlich. Soll ich den Knaben eigentlich auch wieder beleben, damit ich den dann da oben hinstellen kann? Wäre ja eigentlich... Oh, das ist so eine gute Leiche. Ne, die verbuddel ich. Die verbuddel ich. Bitte, Händler. Du kannst machen, was du willst. Aber bleib da. Exhumierung. Nein, rechtmäßiger Bürger. Handelslizenz. Ja, jibnische Handelslizenz, du. Ich bin der Händler. Der Händler, das bin ich. Dann würde ich sagen... ...hoffen wir mal, dass wir schnell genug sind. Aber wir müssen ja eh noch zum Reden, den Schädel. Die Leiche ist jetzt erstmal gut konserviert. Ich bin mal gespannt, was unser Zombie da oben so macht. Ich hoffe keinen Blödsinn. Wer weiß das schon. Später, wenn wir genügend Silberne haben, kann ich das Ding auch noch aufleveln. Aber im Moment ist es nicht nötig, sag ich mal so. Unnötig. Könnte man fast sagen. Aber das sag ich nicht. Aber das wäre ja falsch. Dieser verdammte Typ. Da läuft er. Das war mir so klar, dass ich den nicht kriege. Zum Frust nehme ich noch die ganzen Stöcke hier mit. Dann sieht das hier mal wenigstens wieder ein bisschen ordentlich aus. Das störte mich schon die ganze Zeit. Ich bin ja so ein kleiner Ordnungspenibler. Zack. Zack. Klopp. Okay. Gehen wir zurück zu unserem... Verdammt. Das ärgert mich jetzt, ne? Jetzt darf ich wieder eine Woche warten. Mann. Gut denn. Der Bauers, Leute, hier. Redet der Schädel. Willkommen, liebe Freunde. Willkommen. Rotwein. Kupfer. Plus zwei Schnaps. 36. Läuft bei uns. Wie viel haben wir denn noch? Bier on Mars. Alter, unsere Lager. Die sind ja noch rammelvoll. Und die meisten Leute, die saufen einfach nur den Schnaps. Das gibt's doch gar nicht. Gib ihm die uralte Weinflasche. Oh, da ist ja sogar noch Wein drin. Hm. Halbtrocken. Lecker, aber leider nicht genug. Jetzt schieben wir sie hier rein. Geht's? Part 2, meine lieben Freunde. Was für ein wunderschöner Tag. Wie lang bist du schon hier? Das ist der zweite Tag. Nächster. Nächster. Oh, Priester und Kloso. Ich habe eine bescheidene Bitte an den uralten Gott. Ich. Beeil dich, wir warten auch. Unser Gott lehrt uns, dass wir durch das Gebet alles erreichen können, was wir wollen. Also haben wir drei Monate lang nichts gemacht, außer zu beten und... Wo ist ein wunderschöner Tag. Ah, oh, uralter Gott. Ich flehe dich an. Warum müssen wir die so viel labern? Naja, jedenfalls ist uns irgendwann das Essen ausgegangen. Du bist ein anständiger Mann, mein Freund. Der uralte Gott segnet... Ah! Sie ist einfach ohnmächtig gefallen. Kette, hilf mir! Kloso! Kloso! Mir geht es gut, Bella. Der uralte Gott hat mir eine Vision zukommen lassen. Schwester, etwas Furchtbares ist auf dem Weg. Entschuldigung, aber was ist mit mir? Geh nach Hause und gönn dir etwas Brot, Salz und Kaviar. Nächster! Ist das Assi. Entschuldigung, ich hätte da nur eine klitzekleine Frage. Nein! Der uralte Gott ist kein Freund von Vordränglern. Eine klitzekleine Frage. Kloso. Aber Kloso ist die verrückte Hexe aus dem Sumpf. Die letzten 200 Jahre haben der alten Saaten nicht gut getan. Hm, aber wo bist du in dieser ganzen Geschichte? Nun ja, wir sind ja erst am Anfang. Es wird Zeit, weiterzumachen. Das nächste Ding ist eine uralte Türangeln. Hm, sie ist im Boden irgendwo zwischen dem Dorf und Diggos Haus vergraben. Also finde sie und grabe sie aus. Vielleicht kann ich auch noch mehr als einem Artefakt gleichzeitig suchen. Warum nicht? Der Legionär Sam befindet sich im... Haus des Bauern. Nun, das könnte schwierig werden. Aber denkt dran, die Artefakte in der richtigen Reihenfolge zu verwenden ist enorm wichtig. Sonst gibt es einen Weltuntergang. Nehmen wir mal das nächste Artefakt hier rein. Verdammt, wo ist denn... Wo sind die Weinflasche? Ähm... Habe ich das Ding... Habe ich gerade die Mas... Wo ist denn jetzt die Weinflasche? Da ist er. Okay. Doch wieder alles beim Alten. Da, da, da. Jetzt aber. Rein mit dir. Okay. Dann geht es wieder zurück nach Hause. Ja. Nach Hause. So. Ich tue mal die Handelslizenz hier rein. Hier brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt. Habe ich einen Glauben hingetan? Ich glaube, den habe ich nach unten gepackt war. Archemistenrezept. Berserker-Trank. Samenhopfen. Ich brauche noch jede Menge Wasser. Aber vorher machen wir uns noch... Müssen wir uns um die Leiche kümmern. Es geht nicht anders, liebe Freunde. Grabstein. Polierter Stein. Plopp. Ach man. Polierter Stein. Dann darf es nochmal einen polierten Stein sein, bitte. Oh, ich habe vergessen. Wir brauchen einen polierten Stein. Ich glaube, das waren jetzt vier Stück, ne? Ach verdammt. Warum muss ich denn immer so ein Pech haben? Komplexe Eisenteile, bitte. Ich habe aber auch wirklich Pech gerade, ne? Komplexe Eisenteile. Komm schon. Geht doch. Und natürlich ist meine Tasche voll. Wir haben noch 21 Stickys. Packen wir das mal hier. Die komplexen Eisenteile kommen da rein. Nehmen wir die komplexen mit. Und basteln uns erstmal ein Kreuz. Es wäre schön, aber wir haben nicht genügend. Materialien. Shit. Ähm. Wir legen uns erstmal hin. Der ganze Wein ist auch wieder gut. Ach, das wird... Das wird ein bisschen Arbeit, meine Freunde. Wir haben jetzt gut was zu tun. Muss ich leider gestehen. Habe ich eigentlich keine Zeit zum Pennen. Wenn ich's nicht müsste? Hast du kleinen Moment Zeit für mich, mein Freund? Ich hab dir zu danken. Dank dir kann ich stolz auf meinen Sohn sein. Ich habe lange gewartet bis zu dem Tag, an dem er heimlich zu trinken begann. Äh, echt jetzt? Ja, der Depp hat endlich den Mumm bewiesen, mir nicht mehr zu gehorchen. Mein Junge wird erwachsen. Wie gut, dass du mir nie von dieser Flasche erzählt hast. Äh. Welche Flasche? Und ich wollte den schon verpetzen. Hihihihi. Das habt ihr nicht von mir. Ich schweige wie ein Grab. Ja? Ich schweige. Dann kümmern wir uns gleich erstmal darum, dass das Feld wieder bestellt wird. Wir müssen auch noch Bier. Oh, also jetzt kommen wir wirklich langsam in die heiße Phase. Das wird jetzt echt ein bisschen viel. Ist egal. Ist egal. Wir schaffen das schon. We can do it. Da oben wollte ich die Uhren hinsetzen. Komm, machen wir hier weiter. Ach, unser Friedhof sieht ja auch noch so bescheiden aus mit diesen... Oh, mit diesen Bäumen. Puh, Teufel uns. So. Dann hauen wir erstmal das Ding da rein. Und natürlich darf der Grabstein nicht fehlen. Bob, genau 200. Nächstes Mal wird er sich freuen. Der wäre der... Küchenfuzzi. Jesus. Wir machen jetzt erstmal unsere Taschen leer. Zack, zack. So. Zack, zack. Dann hauen wir das Ding hier erstmal kaputt. Weg mit dir. Dünger rein. Dünger rein. Und natürlich nicht zu vergessen, das Teil. Jetzt brauchen wir da noch ein bisschen... So ein paar mehr Beete. So, was brauchen wir denn noch? Leeres Beet. Eins, zwei, drei. Kommt noch die vier hin. Machen wir hier auch noch voll. Hauen wir da die Zwiebeln rein, gell? Aber erstmal Spitzendünger. So. Und... Nicht zu vergessen... El Zwiebelass. Ich glaube, die Zwiebeln werden wir so schnell sowieso nicht brauchen. Aber, ähm... Ich meine, es ist schön, wenn sie weg sind. Ich gucke mal, dass ich mir vielleicht doch noch die ein oder andere Leiche bestelle. Kann ja eigentlich nur besser werden. Karötschen. Erinnert mich mal daran, dass ich hier noch... Kohl und Co. Ein Rüben muss ich auch noch ernten. So, was haben wir denn da? Dünger. Was wollte ich jetzt da reinpacken? Ich glaube, ich habe die letzten Samen sowieso schon genommen. Farben wir hier mal ein bisschen Wasser. Da, dumm, dumm. Ich glaube, so viel brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Ist egal. Wir nehmen erstmal einen guten Vorrat mit. Beeren lasse ich jetzt erstmal dranhängen. Ich nehme jetzt einfach nur mal die Äpfel mit. Weil der Schnaps, der geht ja weg wie... Wie warme Semmeln. Oh ja, natürlich. Hä? Die habe ich aber gerade... Alles egal. Weg mit euch. Tschüss. Kein Platz mehr für euch. Ach, Kinders. Ich brauche Platz. Ich brauche so dringend Platz. So. Schnaps. Rein da. Du. Rein da. Rein da. Rein da. Ich weiß, es gehört nicht dahin, aber... Ich mache es trotzdem. So. Brau. Mir. Schnaps. Wenn es auch nur zwei Stück sind. Ähm. Schwupp. Schwupp. Jetzt wird er gebraut und so. Pack ich das Wasser mal hier rein. Alle 150 rein da. Jetzt wird hier auch noch ein bisschen gepresst. Da da da. Da da die da da. Ich muss mal gucken. Nee, warte. Ich spare... Ich muss zwölf Gold sparen. Dann kann ich das für Frau Anmut machen. Sehr viel weiter bringt mich das natürlich auch nicht, aber... Ist für einen guten Zweck. Glaub ich. Genossen. So. Habe ich das auch schon wieder fertig? Theoretisch sollte ich das eigentlich nach unten bringen. Egal, wir machen uns jetzt erstmal an die Trauben. Run, run, run. Wir brauchen dringend blaue Punkte. Schwupp. Ich glaube... Das wird so langsam echt gut mit den... Wir sind jetzt wirklich bald in der Lage nur noch gelb herzustellen. Das finde ich echt gut. Und... Again...